Eine Frage an Herrn Gerhardt zur sogenannten Bilderberg-Konferenz. Die Ministerin Ursula von der Leyen nimmt ja daran teil. Warum? Was sind da Ihre Erwartungen? Also die Teilnahme an der Bilderberg-Konferenz möchte ich hier nicht kommentieren. Dazu gibt aus Sicht militärischer Sprecher des Verteidigungsministeriums nichts zu zu sagen. Dennoch nochmal ein Nachfrageversuch. Sie möchten das nicht kommentieren, weil diese Konferenz, alles zu dieser Konferenz geheim gehalten werden soll, nehme ich jetzt mal an. Genau das kritisieren ja einige, kritisieren die Konferenz als intransparent, als undemokratisch. Wie rechtfertigt gegenüber Kritikern die Ministerin Ihre Teilnahme? Der Versuch ist gut, Frau Trams, gebe ich zu. Aber ich habe schon gesagt, ich kommentiere die Teilnahme an dieser Konferenz nicht. Herr Jung. War Sie denn da als Privatperson oder als Ministerin? Herr Jung, auch das kommentiere ich nicht. Aber ich meine, das ist ja wieder Wasser auf die Mühlen aller Verschwörungstheoretiker, wenn Sie jetzt dazu nichts sagen wollen, oder? Das mag Ihre Wertung sein, aber ich kommentiere das nicht. Ist egal. Dass das egal ist, haben Sie gesagt, das ist eine Wertung. Fragen zur Bilderbergkonferenz. Sehe ich nicht... ...sehe ich nicht... ...sehe ich nicht... Vielen Dank.